Hast du beim Breaking 2 Event von Nike mitgefiebert, ob die Athleten es schaffen, die Marathon-Distanz unter zwei Stunden zu absolvieren und dir gewünscht, auch so einen revolutionären Schuh zu laufen? Dann hast du jetzt die Chance, denn mit dem Nike Zoom Fly ergatterst du eine abgespeckte Version und düst mit ihr über die Laufstrecke. Der Zoom Fly ist ein reaktions- und strapazierfähiger Schuh, der dir bei aller Leichtigkeit einen guten Trage- und Dämpfungskomfort bietet. Im Obermaterial kommt das atmungsaktive Fly Mesh zum Einsatz, welches sich dank der Flywire-Technologie individuell an deine Füße anpassen lässt. So ergibt sich nicht nur ein guter Halt, sondern auch das Gewicht wird reduziert. Wer möchte nicht beim Laufen eine weiche, gleichmäßige Abrollbewegung zusammen mit einer reaktiven Dämpfung genießen? Genau die bekommst du beim Zoom Fly durch die Lunalon Zwischensohle. Sie ist im Fersen- und Vorfußbereich zur Erhöhung der Langlebigkeit und der Strapazierfähigkeit mit Gummi verstärkt, sodass du ordentlich Laufkilometer abspulen kannst. Wenn du Bock auf Tempo hast und einen vielseitigen Schuh suchst, dann schnapp dir den Nike Zoom Fly in deiner Runnerspoint-Filiale oder auf runnerspoint.com. Dann schnapp dir den Nike Zoom Fly in deiner Runnerspartner oder auf »Es ist das, was ich oder die-übelie-D视频«, aber das schnapp dir den »Es ist das, was ich, oder die Medi-Fe in der Verhof together – »Möglichkeit und der Verhof-Bereich«, »ähe-allt und die Medi-Allem-işte Ihr hier – »I-Ain-Möglichkeit und der Verhof-Bereich« »Ein-Lext, das ist das, was wir euch verhaftigte. und ihr in terms war, ist das, dass ich mit dem beim Verhofgehung least, ich glaube, es beschädigt werden. Vielen Dank.